so guten morgen zusammen ihr wisst ja neuer tag neuer shop vor allem denkt bitte dran heute abend ist der thanos cup wo wir einmal das spray gewinnen können und das rücken accessoire also tut euch dann du partner zusammen holt den holt euch die items mit und in dem sinne würde ich sagen gehen auch direkt rein in den shop und was haben wir drin zeit zu tanzen man kennt es 1 2 3 denkt dran immer nur ganz kurz wegen koppelweiz das schon mal an auf jeden fall dann nach mir wieder mit drin auch ein schöner skin wie schöne deshalb auch gekauft dann haben wir kristallena kampfstab wieder zurück das mit dem größenverhältnis haben sie immer noch hingekriegt dann haben wir rectorian der tapferer auch ein schöner skin wie schön hell das gold ist mit passendem rücken accessoire und auch der ist nice der ist schon nice da haben sich was gutes einfallen lassen dann axt des alts schmiedes also okay das hat man schon denn dann haben wir den busch ranger wieder zurück in seinen 800 varianten ich weiß gar nicht wie viel ihr jetzt habt ich glaube 45 wie gesagt zu jeder jahrzeit inzwischen dann noch ein bunter meine ich aber es hat er war noch inzwischen gehörter fest und ist ein fester bestandteil im spiel ist halt einfach der busch ranger honig hacker ebenfalls wieder zurück dann mobser ebenfalls wieder zurück grüße gehen raus das weiß ich noch der mensch geschenkt bekommen dann hundetasche ebenfalls wieder zurück dann der kauknochen auch an die pickaxe also ohne quatsch die pickaxe ist so hässlich dann haben wir die wupptarnung ja so sieht es auch aus so dann des weiteren oblivion ist wieder dabei mit ihren zwei er dort zwei stil aber die schwarze variante einmal die goldene dazu natürlich das passende rücken accessoire komisch hier ändert er wieder das rücken accessoire richtig manchmal weiß worteln damit schwarze machen so dann haben wir schmetterinchen auch wieder zurück aber irgendwie nicht so ganz mein fall dann schwarz violett tarnung also okay dann haben wir extra terrestrial wie auch sonst saxophonisch der zauberwürfel ist zurück und nein ich habe es immer noch nicht durchlaufen lassen ich glaube er löst den zauberwürfel nie so das war es dann eigentlich schon wieder mit heute für heute wenn man schon auf heute mein comic ankommt weil eigentlich müssten wir das hier nämlich als rücknachs war dann bekommen in dem comic dann hat sich eigentlich im shop nix wirklich geändert alle sachen immer noch dritten starter paket schatten paket natürlich letzter lacher paket und dann würde ich sagen euch an einen schönen montag es ist ja ein bisschen abgekühlt draußen also in dem sinne genießt die zeit und haut rein